hallo und willkommen zurück zu let's play minecraft ladies and gentlemen ja ich muss ganz kurz revue passieren wo bin ich das letzte mal stehen geblieben ich habe keine ahnung mehr ich glaube irgendwo hier bei code und so ne ja kommt mir bekannt vor fast ich könnte mir vielleicht noch ein paar öfen machen ist die musik aus ja musik ich könnte eigentlich noch ein paar öfen machen effizienter brennen zu können oder ich glaube ich gehe holz klopfen und ich glaube dass ihre ich glaube dass er weg genau ich hatte nämlich da eine überlegung getroffen man hier vielleicht so dass nach vorne verlegen könnte dann wäre das halt nicht so eine fläche hier vorne sondern auch noch ein bisschen verwinkelter das ganze haus wieder ausschaut weiß ich nicht kann ich nur ausprobieren ich habe es noch nie vorher ausprobiert angeguckt habe ich mir auch noch nicht ich bin einfach auf die idee gekommen man könnte es machen weil ja das ist halt doch ein bisschen überflüssig eigentlich so ist halt eigentlich verlorener arbeitsraum wohnraum man wird mal ganz sachlich betrachten das kann doch nicht sein ich heißen inventar 0 ich habe jetzt dazu okay gut 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 so weil ich halt leider doch immer spontan auf solche ideen kommen probieren wir das jetzt einfach mal aus ich glaube das schaut dann schon schon schön aus das kann man dann hier auch noch ein bisschen nach vorne versetzen und die halt wirklich auf kante anfangen lassen das macht halt diesen überhang kaputt ne verdammt ok können wir nur ausprobieren leute können wir nur ausprobieren ja das problem ist halt sonst ist das hier so ein kleines kämmerchen mit dem man eigentlich nicht wirklich was anfangen kann und ich habe wieder zu viel graffel dabei das war ja klar viel zu viel graffel haben wir da das brauchen wir doch jetzt alles nicht hier meine güte ja gut die treppen können wir behalten aber das muss reichen so wobei hier dann allerdings auch brickstones händen müssten so logisch betrachtet naja weil haben wir die da müssen sie auch da und so und das heißt wiederum dass ich brückst du uns wahrscheinlich gerade weggelegt habe gott wo war ich dann bei welcher tool war ich denn total verwirrt oh ich hab sie nicht weggelegt haben wir noch euch und wo brickstones ne gut dann kraften wir uns mal kurz welche kraften wenn ich jetzt mal kurz hier so simulieren darf tür ja das geht schon da muss dann halt noch irgendwie was hin ich weiß zwar nicht was vielleicht kann man da doch dann auch noch einen überhang hinbauen und unten irgendwie ein heulager reinpacken das geführt mir glaube ich gefallen ja das würde mir gefallen dann wird es da halt nicht so gerade ihr wisst was ich meine ich mag gerade ich also gerade in minecraft ist ja die gefahr ganz groß dass man einfach gerade baut weil es ja auch eigentlich wirklich nur man kann ja keine runden man kann ja keine kurven bauen in dem sinne man kann sie zwar andeuten so wie hier mit diesem pixel kurven zeugs das geht schon aber man macht es bewusst eigentlich nicht und das möchte ich einfach eigentlich ein bisschen vorbeugen verhindern dass das so so eine ganz so eine ganz platte angelegenheit hier wird weil ich es einfach nicht schön finde dass man mal kurz gucken wenn man das so macht und dann hier noch ein bisschen nach unten versenkt dann kann man da noch nennen könnte man da eigentlich ein pferdestand reinstellen oder so ein heulager oder sowas und stroh weizen lager ist was ich meine hoffe ich die türen habe ich natürlich abgelegt und was erwartet man die knochen braucht man jetzt weisen brauchen hat es eigentlich auch nicht nach hinten versetzen dann dürfte das ganz gut aus gucken jawohl jawohl dann können wir da noch einen holzpfosten runterziehen dann haben wir das auch einheitlich ja wunderbar denn ja ihr wisst was ich meine und so dass ich komme das ist ja gut kann ich immer noch kurz raus kloppen weil auf der höhe wird der fußboden sein so und da kann man dann den anderen pfosten runterziehen und da muss ich gucken aber eigentlich muss also von hier aus gesehen muss man das einfach runterziehen da kommt man nicht drum rum an der anderen seite aus nicht eigentlich kann man auch so setzen links und rechts also von hier aus gesehen muss da eigentlich brixton sein komm dann lass mal das da aufhören zwecks des aussehens ja das geht komm was ich damit nicht anfreunden kann dann weiß ich auch nicht kann ich auch nicht mehr helfen mir geht es halt auch darum ja dass es einfach einen gewissen stil bekommt und nicht einfach so 0815 viereckig mit drei wänden und ich gehe mal eben ein paar feinde in drei hälften vierteln ja ihr wisst was ich meine noch andere seite von hier nein nein ja so eher nicht hätte mir auch klar sein können abgelehnt muss auch voller block hin jetzt aber alter jetzt reicht es aber langsam machen wenn hier noch so ein überblick entpflanzt so ein überhang das dann hier noch eins ablässt das ist unheimlich schwierig das muss man nicht sagen ich habe mir dann verdammt genauen stil vorgegeben dummerweise eigentlich wäre es ja sparsamer wenn ich hier den boden wirklich aus cobblestone machen würde da mache ich keinen überhang hin der boden wird aus cobblestone gemacht das ist 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 So, 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 genau der Pfosten, der darf dann da weg. So, obwohl, könnte man nicht auch da, ja, muss man eigentlich da lassen, muss man eigentlich da lassen. So, mir kommt der Dach da auch noch mal so, aha, das ist schön, dann hat es ja auch noch mal so, siehst du, die Ecke kann ich, darf ich, die darf ich gar nicht machen, so die Ecke, die darf ich ja gar nicht machen. Muss ja so machen hier, muss ich ja so machen, muss ja alles gemacht werden, so. So, sonst guckt es ja kacke aus. Ja, genau, dann geht es da noch mal ein bisschen raus, dann geht es da hinten in den Garten runter, wunderbar, sehr schön. Genau, dann kann man hier noch ein bisschen absenken, so. 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 Logischerweise muss dann, wenn ich die Tür nach innen aufgehen lasse, hier noch das hier sein. Ja, so muss es sein. So. 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 So.